Die Kritik von Tatjana Höfner nach ihrer Silbermedaille im Rodeln saß. Nathalie Geissenberger bekomme deutlich mehr Unterstützung als sie, sagte die Zweitplatzierte. Die frischgebackene Olympiasiegerin selbst aber reagierte gelassen auf die Äußerungen ihrer Teamkollegin. Ja, ich hätte das Fass vermutlich nicht aufgemacht gestern, aber das ist ihr gutes Recht. Die Tatjana kann ihre Meinung frei sagen und sie hat nicht mich angegriffen, sondern den Verband. Und deswegen ist das Thema für mich durch. Wir haben das auch gerade nochmal geklärt, dass es eben nicht gegen mich ging. Und deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen, weil ich bin nicht betroffen.